Heavy Metal Boss Fight Du verdammte Hure, hättest du uns auch mitnehmen können Ja, vielen Dank, Sand fressen Oh, nö Mario, was I, um, assist, um Mario, look Ja, was willst du? Oh, I'm shooting Puh, crash in the air How sorry, Adam Junior, ich habe etwas schweres zu erzählen über Princes Peach. Ich weiß, sie ist wirklich nicht meine Mama. Oh, Gott. Na, Peach, jetzt nur hier ganz allein am Strand. Nur du und ich. Okay, und ein paar Spanner. The vacation starts now. Ja! Okay, was soll ich sagen? Das war das Let's Play Super Mario Sunshine. Hat jetzt auch gut um die 50 Parts gedauert, schätze ich. Also auch ziemlich lange. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war mal wieder mit sehr viel Frust versehen. Aber es hat letzten Endes wieder Spaß gemacht, ein Mario-Teil zu zocken. Und ja, wie gesagt, jetzt mache ich erstmal Legend of Zelda und Bomberman zu meinen beiden Hauptprojekten. Für eine kurze Zeit aber nur, denn... Boah, Entschuldigung. Boah, ja, ich treffe den Soundboard fahren, ja. Auf jeden Fall, es wird jetzt erstmal für ein paar Tage das beides geben. Damit ihr nicht nur ein Projekt zu sehen habt, sondern auch ein bisschen Abwechslung. Und dann geht halt mit meinen neuen Projekten weiter. Mein anderes Projekt, also... Ich habe ja immer zwei Projekte am Laufen, wie ihr wisst. Dann... Gibt es jetzt zwei komplett neue Projekte, die ich aber beide nicht verraten werde. Aber ich sage es mal so, es sind Projekte, wo ihr wahrscheinlich schon lange drauf gewartet habt, dass ich sowas mal mache. Das eine war ich normal, das spiele ich normal, das habe ich schon öfters durchgespielt. Und das andere ist für mich komplett blind. Aber das haben viele andere... Ja, das andere, das haben viele schon 10.000 Mal gespielt. Wurde auch schon oft LP'd. Aber für mich ist das eben halt blind und daher hat das, glaube ich, so seinen ganz eigenen Flair. Fynn! Und... Ja, Palmaton. Was willst du? Schöner Stock, he? Denkst du dir einen in den Arsch zu schieben, was? Ja. Nun. 81. Die allerletzte haben wir da bekommen. Ja. Ich glaube, ich habe nichts mehr zu sagen. Das war Let's Play Super Mario. Super Mario Sunshine! Du sagst es, Mario! Das war Let's Play Super Mario Sunshine. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und zu diesem Projekt meine abschließenden Worte. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute!